Na, hallo und willkommen beim... Pfff, nicht mein Magic, äh, Stargate, äh, was gibt es sozusagen? Äh, äh, ja, Mensch, nehmen wir das so auf den ganzen Mist mal auf, äh, Stargate ist ja eh nix geworden, weil ist halt so, weil scheiße gelaufen. Und jetzt mach ich erst mal Stargate als kleine Abwechslung hier und ich schau mich erst mal wieder, oh, was ich jetzt noch zu machen geht, muss man diesen Stargate tun, erst mal wieder wegkommen, weil sonst krieg ich ja... Oh Gott, nein, nein, Guckabahn, das ist nicht das, was du denkst, es ist nicht das, was du denkst, es ist nicht... Ich muss ihn einfach mal wieder wegballern, dann trifft er mich vielleicht nicht. Ja, aus dem Weg, 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 ist er weg? Hallo? Ne, da kommt er wieder, oh Gott, dieser blöde Vogel, aus dem Weg, ey, oh Gott, wo bin ich hier, was ist das hier, ein kranker Ort, ach du Scheiße. Yo, yo, warum nicht, warum nicht, sehe ich genauso, warum nicht, oh Gott, ey, geht mir an, aus dem Weg, ey, hier kann ich jetzt erstmal Granaten schweißen wie Beklopter, glaube ich. Hier kann ich jetzt erstmal Granaten schweißen wie Beklopter, aber ich werfe die so runter, dass sie direkt auf mich rauffällt. Okay, auch, auch tot, äh, sonst muss ich nur noch ihn hier treffen. Wie mache ich das? Ach so, so kriege ich ihn tot. Alter, das war auch trotzdem ziemlich lange. Kranke Statue hier an der Stelle, oh Gott, ist das gruselig hier. Ich habe noch zwei Lebenspunkte in der Klasse, das kann nur noch besser werden. Wo bin ich hier, was ist das hier für ein kranker Ort? Ich glaube, ich musste hier gar nicht nach unten. Was ist denn das hier? Wissen des, würde Emre sagen, wissen des. Ich habe keine Ahnung, wissen des hier ist. Das ist krank. Äh, okay, hier geht es auch nicht, weil auf jeden Fall ist da wieder Daniel Jackson, wie ich in ihm schon sehen konnte. Aber der hat mir bestimmt wieder nichts Gutes zu sagen. Niemals, niemals. Oh Gott, ja, ich muss hier hoch, ich muss hier hoch. Die, 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 die. Und ist das hier ein Leiter? Das ist ein Leiter hier. Das muss mir nochmal jemand sagen. Das ist, wie ich sehe das aus, irgendwie, wie Greten. Genau so. Das habt ihr mit Daniel gemacht. Aber habt ihr hier eingeschwertet, ihr blöden Penner. Oh, jetzt, jetzt ist er nicht mehr eingeschwert, weil ich drauf geballert habe oder so. Danke, dass sie mich, äh, befreit haben. Okay. Danken Sie Scarra, hat mich geschickt. Das ist Scarra, war eine Frau. Ach, ich hab doch keinen, toller Junge. Ja, achso, das war ein Junge. Okay, das war der Junge also. Was machen Sie hier überhaupt? Ich habe, äh, versucht ein, ein Gleiter zu stehen, wurde dabei, äh, ertappt. Ach, ärgerlich. Wo kann ich diesen einen Gleiter finden? Äh, erknümmen Sie die Klippen und springen Sie, äh, rein. Äh. Äh, dieses, äh, das ist einfach die Redensart von Daniel, äh, das habe ich so entschieden. Das ist, das ist so. Und anscheinend darf ich jetzt, äh, da muss ich mir jetzt so ein Gleiter zocken, weil es ist halt so. Weil das Spiel hat das gerade bestimmt, äh, eigentlich wollte Daniel einen haben, aber da holen wir ja wieder uns auch. Wo ist jetzt eigentlich dieses Schwebe-Ding hin? Es ist verschwunden. Ja, okay. Ich komme anscheinend auch nicht mehr hin. Ja, klasse. Aber jetzt darf ich mir bestimmt was ausdenken. Aber hoffentlich komme ich da irgendwie noch ran. Ich hoffe, das reicht so. Und wenn ich von hier aus jetzt springe, zack. Okay, es reicht. Da komme ich jetzt noch noch rein. Pass auf, jetzt kommt ihr vor die Flug-Action oder so. Ne, Heilung. Erstmal speichern, nein, nicht Heilung. Erstmal speichern. Und versuchen diese Kackwiecher, ihre komischen Bomben hier wegzukriegen. Okay, außenweg. 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 Ach, nicht ballern, bitte. Nicht ballern. Oh Mann, ey. Ich baller dich ab. Okay. Ich werde wahrscheinlich jetzt einmal draufgehen in der ganzen Situation hier. Weil dagegen kann ich ja echt nichts machen. Okay. Noch lebe ich anscheinend. Und hier wird noch wahrscheinlich Heilung sein. Hoffe ich zumindest. Wenn mich hier ewig nach links läuft. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Na, Gamma-Rutus sind hier auch noch ein paar. Und wollen mich töten. Na, Gamma-Rutus gehen wir aus dem Weg. So. Was passiert jetzt, wenn ich hier reingehe? Dann bin ich nicht wieder im Alienland, ne? Ne, jetzt bin ich woanders. Wo bin ich denn hier? Was ist denn hier überhaupt los? Also Heilung gibt es hier auf jeden Fall. Ich finde, ich glaube, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis oder so. Hier war ich doch schon mal, oder? Hier war ich doch schon mal. Hä? Ne, war ich nicht. Was ist denn das hier? Wissen dis. Wird der Emre sagen, wissen dis. Ne, ne, ne. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Wieder hier nach links. Und es geht wieder hoch. Mann, ey. Blech. Wie lang geht dieses Spiel eigentlich? Also so lang, also es ist ein Spiel, wo man nicht speichern kann. Das steht schon mal fest. So eine Spiele machen sie eigentlich fast nie solange. Oh Gott. Ne. Einfach hinterher gelaufen. Und ich dachte, ich könnte gleich eine Super-Explosion empfliehen. Aber es geht halt doch nicht. So, nochmal. Run, you things fire. Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Das ist aber so nicht verabsichtig. Oh, jetzt muss ich hier wieder runter, oder was? Das gibt es doch nicht. Möp, 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 möp. Kommt jetzt wieder. Möp, möp. Wie, die, die. Oh Gott, nochmal. Okay, ich sehe euch gleich wieder. Das ist ja scheiße. So, alles klar. Wieder alles aufgeräumt. Und weiter geht's. Wieder mit dem Teleporter hier hin. Und dann gehen wir wieder raus. Greg. Einfach weggeschwebtet. Geschwebtet ist ein schönes Wort. Es ist einfach so schön unlogisch. Es gibt dieses Wort einfach nicht. Ja, ich verstehe das ganze Prinzip hier nicht so ganz, aber, Mensch. Irgendwie geht hier alles. Also, jetzt bin ich wieder hier und wenn wir nach links... Also, anscheinend muss ich nach links gehen. Das macht das hier alles echt keinen Sinn. Oder ich habe jetzt gerade irgendwie einen Fehler aus dem Spiel ausgenutzt und ich soll ja hier noch gar nicht lang gehen. Oder ich werde hier einfach mit so einem blöden Viech angekotzt und renne jetzt hier weiter. Oh Gott, Gamaruto, lass mich in Ruhe. Der schlimmste Fein eines Gegners. Der schlimmste Fein eines Gegners ist also ein Gamaruto. Ne? Auf einmal wurde ich von Gamaruto noch getroffen, obwohl er schon nix weg war. Ja, es macht echt verdammt viel Sinn hier. Außer den Käfer. Ich speich... Oh Gott, sind nicht schon wieder die Bomben. Nicht schon wieder die Bomben. Da muss man wieder so rüber springen. Du, 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 du. Das ist echt so schwer wie das echte Stargate halt, ne? Da muss man sich echt mal dran gewöhnen. Das ist halt echt so schwer wie die Serie. So, einmal Supermunition und einmal wegballern. Wegballern, wegballern. Nicht mit komischen Penisgranaten abwerfen. Oh, jetzt habe ich das Wort noch gesagt. Sie sehen für mich aus wie kleine Penisse mit großen Hohen dran. Es sieht einfach für mich so aus. Es tut mir leid, dass ich daran denken muss. Oh nein, ich bin nicht schwul, falls wir irgendwelche Leute da aufkommen sollten. Es sieht einfach so aus, was soll ich machen? Was sind denn das hier Bomben? Da kommt noch so ein Mist. Könnte dieses dumme Mist hier jetzt mal sterben? Es geht ja auf den Zeiger. Danke. Oh, und dann auch noch so ein blöder Flieger gleich. Und jetzt... Wo soll ich denn lang? Wo ist denn hier das Ziel? Wo ist das Ende? Wo ist hier über was? Ich verstehe das hier alles nicht. Geht es denn jetzt nicht mal weiter? Oder... Was ist das? Es geht anscheinend nicht mal weiter, oder wie? Hä? Das macht für mich alles keinen Sinn. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, klasse. Und hier ist Gamma Ruto wieder. Ja, Gamma Ruto. Ganz klasse. Ich gehe wieder hier hin. Ich lasse mich auf diesen blöden Mist nicht ein. Ich lade nochmal neu. Ich laufe jetzt wieder in die andere Richtung. Und gucke mal, was hier passiert. Jetzt gehe ich gleich wieder hier rein. Das ist ja stumpf hier, was hier passiert. Das ist ja überhaupt nicht witzig. Na, okay. Wir gehen mal gedückt weiter, damit wir diesen Gamma Ruto gleich treffen. Außer Weg, Gamma Ruto. Und runter, Brudel. Sehr gut. Jetzt sind wir nicht schon mal los. Und jetzt laufen wir hier weiter. Und jetzt runter. Und runter. Und hier ist natürlich nichts. Hier ist nur wieder so ein schwuler Käfer. Mehr gibt es hier nicht. Nichts zu finden. Was ist das hier für ein Ort? Ich kapiere das hier alles nicht. Es macht alles wieder keinen Sinn. Irgendwie komme ich rechts nicht weiter, aber ich muss rechts weiter. Hier konnte ich eben rechts weiter? Ey, ich spiele das ganze Spiel nicht normal durch oder so. Das wäre jetzt völlig behindert. Das wäre es ja jetzt noch. Naja, im Wofall kann ich glaube ich auch sterben. Ich glaube, das wäre nicht das Ding. Ich glaube, wenn ich sterbe, dann müsste das Problem auch behoben werden. Okay. Gehen wir einfach mal wieder hier zurück. Und hier sind diese zwei Felsmauern. Und hier komme ich nicht weiter. Hm. Also gehe ich hier rein. Dann bin ich wieder in diesem Alienland. Merp, 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 merp. Okay, ihr versteht schon, was ich meine. D, 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 ja, alles dreht durch. Sehr schön. Ich glaube, ich lasse mich mal umbringen. Und dann schauen wir nochmal. Ich lasse mich umbringen. Ich lasse mich umbringen. Ach, wir sind tot. Jetzt kommt wieder alles so. Es ist noch nicht vorbei. Du musst weiterklappen, wir hast noch sechs Versuche. Ja, ich hab Muskeln. Wenn ich da reingehe, dann bin ich, ey, jetzt ist diese dumme Höhle, wo nichts ist, hier ist auch nichts weiter. Also jetzt wird das Spiel echt interessant. Jetzt wird das Spiel echt witzig hier. Geht das nicht weiter, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab sowas und keine Ahnung, ob es jetzt noch weitergeht oder nicht. Ich hab nur, dass ich fehlens vom Granaten, wer vom Spiel umbringen muss. Und alles, wie ich versuche, hier mit einem Schlag umzubringen. Das macht alles keinen Sinn. Was ist denn hier los? Wie kommen wir nicht weiter? Was ist denn das? Wie geht das Spiel jetzt weiter? Hab ich gewonnen, oder? Ich hab keine Ahnung, das Spiel ist hier nicht zu hoch. Das macht wirklich alles keinen Sinn. Hab ich irgendwas verpasst, oder so? Ey, irgendwas stimmt dir doch nicht, oder? Sag mir, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hör mir jetzt Granate auf dich, oder? Oh Gott. Nee. Tut mir leid, doch. Ich muss jetzt eine Lösung finden. Ähm. Was ist denn jetzt? Alles klar. Okay, ich bin auf diesem Berg geklettert, ganz oben rechts. Und jetzt, warum bin ich hier? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich weiß nicht, was es hier jetzt auf einmal für Scheiß ist. Aber anscheinend muss ich jetzt mit einem blöden Flugzeug hier lang fliegen. Was ist denn das jetzt? Was ist jetzt los? Z. Was ist jetzt? Ich geb dir gleich mal Z. Hier. Z. Biu, 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 biu. Was ist denn das? Ich check das nicht. Was ist denn hier los? Wie geht denn das? Das ist links und rechts, oder was? Okay, damit kann ich ausweichen. Das ist irgendwas anderes. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Ich muss hier die ganze Zeit Flieger abballern, oder so. Das macht für mich keinen Sinn. Okay. Gibt es hier irgendwie sowas wie ein Turbo? Das sind zwei Lenktasten mit, äh... Ich hab keine Ahnung. Das ist genial. Was soll ich denn tun? 18... Achso, ich muss die ganze Flieger abknallen, oder was? Ja, kein Ding. Das ist das Schlimmste hier bei dem Spiel. Ja, genau. Er kracht trotzdem in mich rein. Ist richtig. Was ist denn das hier? Äh... Piu, 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 piu. Ja, hier. Ich hab was abgeknallt. Bin ich jetzt nicht der Don, oder was? Na... Okay, die dürfen mich nicht kriegen. Das krieg ich, wenn ich angearscht. So. Die dürfen mich nicht kriegen. So. Jetzt ist alles wieder okay. Okay. Jetzt kommt da wieder einer angeflogen. Okay. Okay. Jetzt baller ich dich ab. Und ich treff dich nicht. Aber das gehen wir nochmal neu an. Wir haben ja noch einen Speicherstand von eben. Okay. Die dürfen nicht, äh... Dürfen nicht in mich reinkragen. Das ist auch so ein Ding. Also Piu, 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 piu. So. Wieder einer kaputt. Jetzt kommt wieder einer von hinten. Da weich ich jetzt aus. Ich fahr ja jetzt mal ein bisschen öfters hier. Und hier knall ich jetzt das Ding ab, wollte ich ja schon fast sagen. Aber daraus ist ja auch nichts geworden. Ja, 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 ja. Alle aus dem Weg. Ich drehe mich einfach nicht ganz so im Kreis und Baller. Was haltet ihr davon? Das ist doch immer ne krasse Idee. So, damit rechnet eh niemand, dass man sowas macht. Piu, 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 piu. Dummer Mode 7. Und der dumm scheiß Super Nintendo, den sie hier unbedingt einbauen müssen in dieses Spiel. Na, was ist denn das? Was? Deswegen hier ein zu viel. Piu, 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 piu. So, kaputt. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für komische... Ey, was hab ich da gerade angemacht? Was war das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab sowieso gerade von gar nichts ne Ahnung. Hier. Da sind Flieger. Die muss ich abknallen. Das weiß ich. Also so, die krieg ich jetzt auch. Die knall ich jetzt ab. So, hier. Piu, 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 piu. So, einer kaputt. 16 noch übrig. Okay. Nein. Ich muss mich jetzt mit dem Flieger ankloppen. Ich hab keine Zeit für sowas. So, ich drehe mich ganz noch in den Kreis. Nichts da. So. Ah, jetzt so langsam krieg ich das Ding raus. Die Türme sind auch alle kaputt. Anscheinend. So, 13. Ah, okay. Okay. Da ist einer wieder fast nicht reingeflogen. Da hat mich schon wieder irgendwas getroffen. Aus irgendwelchen sinnlosen Gründen. Aber ich habe gleich keinen Tank mehr. Das ist ein Problem. Das ist mein Problem. So. Okay. Einmal hier. Piu, piu, piu. Schon mal ein bisschen Übung bekommen das Ganze. Alter, das ist ja jetzt scheiße schwer, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir das nur so vor? Das ist gerade echt scheiße schwer. Ja, hier. So. Bumm. Elf. Oh, ich glaube, das ist eher ein Rennen gegen die Zeit als gegen alles andere. Oh. So. Bumm. Jetzt muss ich die Türme nicht kaputt machen. Aber anscheinend ist da was Interessantes drin. Weiß ich, Tank oder so? Oder was war das? Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Ich muss mal in die richtige Höhe fliegen. Aber da komme ich auch nicht mehr ran. Piu, piu, piu. Gleich ist der Tank alle. Da hat er sich ausgepiuht hier. Oh Gott. Piu, 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 piu. Das macht ja auch echt viel Spaß mit diesem Flieger herumzufliegen. Muss ich einfach mal sagen, ne? Das ist ja trotzdem geil. Egal, wie scheiße das hier ist. Aber das ist geil. Ich glaube, der Tank ist abgestürzt. Oh. Das ist doch nicht mehr explodiert oder so. Aber es ist abgestürzt. Ja, klasse. Nächstes Leben. Nächster Versuch würde ich sagen. Okay. Die müssen wir einfach nicht vor diesen Dingern treffen lassen. Versuchen jetzt einfach die Schiffe zu jagen. Ah. Ah, okay. Einer weg. Neun. Neun noch übrig. Okay. Ich muss wenigstens nur noch dieselben Schiffe jagen. Nicht noch mehr. Das ist ja schon mal etwas. So nett sind sie in dem Spiel noch so ein. Okay. Ich muss einfach mal links und rechts schliegen. Dann kriegen sie mich nicht. Hier. Da. Dich. Dich muss ich kriegen. Doch. Ich habe mich sogar abgeknallt. Oh Gott. Da wird er mir schlecht bei dem Spiel. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Tyrannic in der Endsequenz. Da. Du sagst schon. Wo gedingst wird. Äh. Wo man als Vogel frei. Wo man... Vogel frei. Das ist so ein gemeines Wort. Ne. Wo man Vogel ist. So frei wie ein Vogel. Und noch als Möwe. sich nochmal die ganze Erde ansieht. Wie sie sich entwickelt. Wie sie sich weiterentwickelt. Und wie es dann args letzter Schlaf ist. Ja. So komme ich mir gerade vor. Mir wird total schlecht hier bei diesem Modusie. Weil die ganzen Hintergründe sich unterschiedlich bewegen. Da wird man bekloppt von. Eieieiei. Äh. Okay. Jetzt hier lang. Oh Gott. Dieses blöde Schiff da ey. Man hat gar nicht genug Tank und alle auf einmal zu kriegen. Tut mir leid. Aber das geht nicht. Hier. Nimm Bombe. Hier. Tüt. Tüt. Ach. Hier ist einer. Guckt euch das mal an. Jeden habe ich kaputt. Gut. Das ist schon mal etwas. Jetzt muss ich wieder den ganzen Kreis fliegen. Da ist wieder einer. Kriege ich. Fünf. Fünf habe ich kaputt. Okay. Irgendjemand ist wieder hinter mir gewesen. Ich drehe mich mal den ganzen Kreis. Okay. Da hat mich wieder einer fast erwischt. Piu. 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 Okay. Äh. Da ist schon wieder einer. Soll nicht immer in mich reinfliegen. Da ist einer. Piu. 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 Ah. Okay. Da fast. Ja. Ich kann noch Schieß noch gedrückt halten. Fällt mir gerade auf. Ja. Warum nicht? Dann mache ich das mal lieber. Das ist mir eh lieber. Drei noch. Ähm. Da ist noch einer. Den versuchen wir diesen Zieldingen zu bekommen. Tüt. Tüt. So. Ähm. Jetzt macht er nur so ne Standarddinger. Ich muss den schon irgendwie so kriegen. Muss doch die ganze gedrückt halten. Das wird so nichts. Da. Pum. Zwei noch. Zwei noch übrig. Ich werde wahrscheinlich noch ein Leben hier verlieren. Damit muss ich dann halt leben. Äh. Leben. Damit dass ich ein Leben verliere. Ja. Ich finde die unglaublich witzig. Okay. So. Jetzt aber. Dich kicke ich noch. Wo bist du? Ja. Los. Stirb. Stirb, Mann! Oh, Mission Successful. Hätte ich mal etwas Gutes. Ja, dann dreh doch dich weiter, die ganze dummen Kreis, und stirb. Ach, blöder Kreisel-Monster-Typ hier. Okay, ja, klar. Und ich komme auf die Erde und über sie wieder Bomben. Schön. Ja, das lasse ich jetzt auch erstmal hier gut sein, dann sehen wir uns nächste Mal bei Stargate. Das Spiel ist bekloppt. Besonders dieses Mode-7-Ding da gerade.